Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge 3. Bevor wir wieder mal richtig anfangen, checken wir unseren Ton aus, ob es jetzt funktioniert. Scheint zu funktionieren, aber hat es ja letzte Folge auch am Anfang. Deswegen lassen wir es mal laufen. Ja, ich bin nicht überzeugt. Also, alleine schon, wartet. Nee, also, auf keinen Fall. Wenn ich schon alleine am Teleporter höre, dann lieber nicht. Also wenn, dann müsste die Musik schon gut laufen. Ich guck mal beim nächsten Projekt, müsste die eigentlich funktionieren wieder. Gut, aber für hier sonst von mir gesagt. In der letzten Folge haben wir uns die vorletzte Rüstung gebaut, die uns fehlt. Einmal wäre es hier diese wunderbare Sternstaubrüstung. Haben wir uns auch angeschaut. In der vorletzten haben wir uns die Sonnenfragment, oder wie die jetzt heißt, Rüstung gebaut. Und unsere erste war die Vortexrüstung, die wir gerade anhaben. Heute wollen wir die allerletzte Rüstung bauen. Das ist auch das allererste, was wir heute machen. Und deswegen, ja, machen wir das mal. Das wäre nämlich die Nebula-Rüstung. Hier. Nebula-Helm, Nebula-Postplatte und Nebula-Gamaschen. Eins, zwei, drei. Wir haben hier die vollständige Rüstung. Und dann, ja, ich lese sie aus. Einmal kurz die Stats vor. Als allererstes haben wir mit der hier 78 Abwehr und mit unserer Vortex 94. Das heißt, wir versinken deutlich leider. Aber gut. Stats sind Helm, ausrüstbar, 14 Abwehr, erhöht maximales Mana um 60, verringert. Mana-Verbrauch um 15%, um 7% erhöhter Magieschaden und Chance auf kritisch Treffer. Nebula-Brustplatte, ausrüstbar, 18 Abwehr, um 9% erhöhter Magieschaden, Chance auf kritisch Treffer. Gamaschen, ausrüstbar, 14 Abwehr, um 10% erhöhter Magischer Schaden, um 10% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn wir das dann mal ausrüsten, merkt ihr erstmal, wir haben 80 Mana mehr. Rechts könnt ihr sehen, wir haben 4 Sterne mehr von diesem Mana. Wir können mal die Rüstung wieder wechseln. Ah ne, wir haben nur 3 mehr. Wieso haben wir dieses eine mehr? Haben wir hier irgendwo Mana Plus oder so? Egal, keine Ahnung. Irgendwas gibt uns Mana, glaube ich, nehme ich mal an. Weil wir kriegen 3 Mana Steine mehr durch die Rüstung. Und unser magischer Schaden ist erhöht. Ist es die unnötigste Rüstung an sich für uns? Weil, ja, wir haben keine einzige magische Waffe, die wir benutzen. Wir können aber bei Magie-Waffen gucken. Unsere stärkste, die wir haben, ist die Nebula-Aufflamme. Jetzt ist die hier. Die macht ohne Rüstung, das mal kurz testen. Ohne macht sie 143 Damage. Ich blende euch das hier irgendwo wieder ein. Genau, ist die hier. Und die haben jetzt schon kein Mana mehr. Mana verbrauchen alles, könnt ihr gleich vergleichen. Jetzt Mitte Rüstung. Hier die Stats auch nochmal Mitte Rüstung an. Und wir können deutlich länger damit auch schießen dann. Genau. Also mit dem hier Nebula-Aufflammen jetzt verglichen. Ich habe noch andere Mana-Waffen, aber ich benutze keine. Ja, und ansonsten wäre es das mit unserem Ziel geschafft. Ich besitze alle vier Rüstungen, die mit Luminid-Barren gecraftet werden und diesen Fragmenten. Wir holen uns Holz für einen Amor-Stand. Ich weiß gerade nicht, wie der Interaktion heißt. Schaufensterpuppe, genau. Ich vergesse das momentan schon mal. Und mit der Schaufensterpuppe können wir unsere letzte Rüstung aufhängen. Das wären dann die hier, die Nebula. Ja, in dem Fall. Da können wir sie uns anschauen. Wo ist denn unsere wunderschöne Schaufensterpuppe? So, wir können übrigens nochmal die Rüstung anziehen und uns anschauen. Verändert sich gar nichts, außer wir haben hinten so ein bisschen längere Robending. Zack. Platzieren wir dann mal hier. Und legen die Rüstung dann rein. Nein, 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 nicht unsere. Unsere nicht. Unsere ziehen wir schön wieder an. Die kann dann nämlich rein, die eine. Genau, das wäre dann die hier. Letzte Rüstung, die wir noch nicht haben, wäre dann die gewesen. Ja, wir haben jetzt alle vier Rüstungen. Die ganz linke ist Pilz mit. Ich würde die kurz wegmachen und meine Vortex reinlegen, damit man alles auf einem Bild vielleicht mal hat. Wir haben übrigens 32 Abwehr ohne Rüstung. Habe ich, glaube ich, noch nie so geguckt. Und so sehen wir auch aus ohne Rüstung. Eigentlich fresh, ne? Na ja, auf jeden Fall hier links könnt ihr sehen, wie wir ohne. Also das sind alle, oh Gott, wir verlieren Sternfass gegen blauen Schleim. Ohi. Also ja, auf jeden Fall. Das sind alle vier Rüstungen. Die Vortex, Solar, Sternstaub und Nebula. Das war unser erstes Ziel. Unser erstes Ziel ist hiermit abgeschlossen. Die Vortex liegen uns natürlich wieder raus. Die bleibt da nicht liegen. Ich lasse da jetzt die Pilz mit Rüstung liegen, weil es an sich die gleichen Fähigkeiten hat und die zweitbeste Fernkampfrüstung ist. Aber gut, wir haben alle vier Ziel Nummer eins geschafft. Ziel Nummer zwei ist Zenith. Darüber habe ich ziemlich oft geredet, wenn ihr das geschaut habt, die letzten mehreren Folgen. Und zwar bei Schwertern haben wir sogar hier unten schon soziert. Wir haben fünf Schwerter im Besitz, die wir brauchen. Zenith ist die beste Waffe im Spiel und ist ein Schwert. Na, meiner Meinung nach, beste Waffe. Auf jeden Fall ist es das beste Schwert. Und wir wollen es haben. Und Zenith brauchst du, um es zu craften, neun oder zehn Schwerter. Schauen wir uns gleich an. Fünf haben wir definitiv. Einmal brauchst du dafür das Kupferschwert, Terraklinge, Bienenzüchter, Sternwut und Miaobär. Da wir diese fünf im generellen Besitz schon haben, haben wir schon ziemlich gut was geschafft. Wir können ja kurz mal nachschauen. Schauen wir mal beim Guide, wie das aussieht mit den Schwertern, welche uns fehlen und wie man die Rand holt. Und dann sage ich euch einzeln und dann auch. Als allererstes fangen wir, würde ich sagen, Zenith genau hier. Eins, zwei, drei, vier, 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 sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ihr habt zehn Schwerter braucht es. Kupferschwert haben wir. Oder Kupferkurtschwert kriegt ihr ja ganz am Anfang, wenn ihr spawnt. Wenn nicht, könnt ihr es craften für Kupfer. Vertaubertes Schwert werden wir als letztes wahrscheinlich holen. Außer wir haben Glück und finden es. Es gibt es eins bis drei Mal auf der Map, glaube ich. Findet man ganz, ganz selten irgendwo. Und wir werden höchstwahrscheinlich ein Seed nehmen, wo wir schon wissen, wo das ist. Weil es wäre unnötig, das zu fahren. Wir bräuchten dafür mehrere Folgen. Könnte zehn, dreißig, hundert Folgen auch nochmal brauchen, das zu finden. Es könnte jetzt, kurz als Beispiel zeige ich euch auf der Map. Es könnte jetzt hier, weiß ich nicht wo sein. Oh, warte, ich bin jetzt kurz drauf. Es könnte jetzt hier sein. Wenn es hier ist, was machen wir dann? Bis ich dort suche. Versteht da, und deswegen hat es gar keinen Sinn. Hier ist es unnötig zu suchen, von mir nennt mich Cheater oder wie ihr wollt. Ich werde es auf jeden Fall per Seed suchen. Muss aber nicht. Dann, ähm, Sternwut haben wir schon. Findet ihr in Wolken, ganz normal. Bienenzüchter haben wir von der Bienenkönigin bekommen. Könnt ihr ganz normal auch bekommen. Setzling werden wir von Planterra bekommen. Kriegt man nur von Planterra. Ich weiß die Chance gerade nicht dazu, aber kann man von Planterra kriegen als Waffe. Das Reitermannes Klingel werden wir auch nochmal bekommen. Vom Kürbismond kriegt man den. Kürbismond haben wir noch nie gemacht. Dann Zuflussschwenken kriegen wir von Demarsianern. Vom UFO, was wir noch nie töten konnten. Hat auch eine Wahrscheinlichkeit, ich weiß gar nicht welche das ist. Sternzaun wollen wir von Moonlord. Können wir auch nur von ihm kriegen. Habe ich schon mehrmals gehofft, dass wir es kriegen, glaube ich. Habt ihr schon mitbekommen. Meowmer kriegt ihr auch nur von Moonlord. Genauso wie Sternwut. Hat keine höhere oder geringere Chance, glaube ich. Und Terran Klingel craftet ihr euch aus anderen Schwertern zusammen. Mehreren oder so. Also, ich weiß jetzt nicht gerade alle direkt so. Ich weiß, dass wenn ihr die, oder was war es, die wahre Klingel der Nacht und das wahre Excalibur, glaube ich, kombiniert mit einem Broken Hero Sort, glaube ich war es oder so. Auf jeden Fall kriegt ihr irgendwie so. Terran Klingel könnt ihr. Ich bin nur genug, wie ich es anschauen, wenn es euch wichtig ist. Oder ihr holt die Folgen nach, wo ich es gemacht habe. Oder wenn ihr mein Let's Play gesehen habt, müsstet ihr eh wissen, wie es geht. Auf jeden Fall, die brauchen wir alle. Wir haben fünf davon. Wir besitzen Terran Klingel, Meowmer, Sternwut, Bienenzüchter und Kupferschwerb. Heute in der Folge wollen wir versuchen, einen Sternzaun zu bekommen. Ihr könnt dreimal im Mondland machen. Ihr könnt auch dreimal raten, was wir dreimal machen. Genau, wir wurden laut. Da wir noch Barren übrig haben, würde ich auch gerne nochmal schauen. Fällt mir auch gerade ein. Dass man so noch craften kann aus dem Barren in sich. Das schauen wir auch nochmal nach bei ihm, beim Guide. Wir haben nämlich 22 Barren. Und daraus kann man vieles machen in sich. Eine Sache, die ich gerade so merke, ist hier Bohrdämmerung. Aber das machen wir nicht. Das ist ein sehr krasser Bohrer. Mein Hund ist übrigens hin zu der Grund. Ich weiß, das schnarcht ein bisschen. Bordämmerung habe ich eigentlich keine Lust drauf. Das ist übelst kompliziert zu fahren und macht gar keinen Sinn für uns gerade. An sich können wir wirklich nichts Cooles mehr craften. Wir können uns halt diese Ham-Axt mal craften. Das machen wir auch. Wie viel Sonnen-Dinger brauchen wir? 14, ja, das geht klar. 14 machen wir. Wir verbrauchen dann 14. Wir craften uns das. Und dann war es das auch mit den Luminate-Baren. Dann brauchen wir das eigentlich nicht mehr. Ham-Axt genau hier. Agil. Perfekt. Hat sogar Tempo bekommen. Damit können wir unsere Hammer und unsere Axt weglegen endlich. Und es bei uns sind eines kombinieren. Werkzeug ist hier. So. Dann haben wir auch mal Platz oben in unserem Inventar. Wow. Ja, hier könnt ihr sie nochmal sehen. Ja, ist halt eine Ham-Axt. Was soll ich sagen? Ist eine Axt und Hammer kombiniert. Wir können damit doch kurz einen Baum abbauen. Ja. Geht schneller auf jeden Fall. Und ja, ist die beste Ham-Axt im Spiel, würde ich sagen. Mit den anderen halt. Zumindest fällt mir gerade nicht ein, wieso es eine bessere geben sollte, wenn das die letzte, die du machen kannst. Außer jetzt zählt natürlich Bohr-Dämmerung. Das ist eine Ding, was ich vor kurzem gerade gezeigt habe. Egal. Darum geht es heute nicht. Wir wollen Moonlight machen. Das machen wir dann auch. Und zwar können wir ihn dreimal machen. Wir können unsere Tränke mal nehmen. Material brauchen wir ein Kaktus. Das war's auch. Fisch brauchen wir gepanzerten Fisch. Haben wir. Prismit-Fisch brauchen wir einmal. Zwei Princess-Fische brauchen wir für die Meeresküche. Haben wir letzte Folge herausgefunden, dass wir die auch so craften können. Dann brauchen wir einen Pilz. Zwei oder mehrere Blumen hier. Leuchtwurzeln gehe ich gleich holen. Ein Eisenerz auf jeden Fall. Bei den Blumen können wir direkt mal einen Zitterdorn mitnehmen. Ein Wasserblatt mitnehmen. Und Mondglanz. Bei der Whey Wasserblatt geht es uns langsam aus. Weil wir haben davon noch keinen Samen. Das ist ein bisschen wack. Aber gut. Liebestrank. Auf jemanden werfen, damit er sich verliebt. Scheiße mache ich damit. Also Wiederbelebung das hier und das. Damit hätten wir drei gute schon mal. Meeresküche-Craft nehmen wir hier. Hätten wir den nächsten Essen. Das sage ich jetzt mal. So und Thema Blume würde ich die Leuchtwurzel kurz selbst ernten. Wege. Das ist ein Grund eigentlich, weil... Okay. Wir haben ein paar Samen verdient gemacht auch. So. Und dann können wir uns hier nochmal den Speed-Trank craften. Und den Ausdauer-Trank. Und wir durften den Fisch wieder behalten, den wir panzerten. Das ist gut. Sehr gut. Wir durften ihn schon zweimal oder so behalten. Was echt cool ist eigentlich. Da müssen wir nicht dieses langweilige Angel machen. Ich glaube, wir haben alles. Vom Tränken her. Meeresküche und so ist auch da. Ich würde annehmen, wir können Moonlot craften. Die ist unten, die Doktorin schon. Genau, wir craften Moonlot dann. Wo ist denn mein... Da. Übrigens, by the way, ich habe ein Clash-Roll-Video. Ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, aber ich habe es gerade eben aufgenommen. Wenn es noch nicht draußen ist, müsst ihr bald kommen. Dreifach-Relaxier-Challenge. Wenn es euch interessiert, schaut euch da gerne vorbei. Ich möchte jetzt aber nicht mit Werbung zuballern. Deswegen machen wir ganz normal weiter. So, haben wir Checkpoint unten. Checkpoint ist unten. Unten ist alles klärt. Ja, ich würde sagen, steht uns nichts im Weg. Also zweimal den Dragon setzen. Dieses komische Ding einmal. Moonlot spawnen. Haben wir unsere Kette aktiv. Ja, Schuss aktiv. Alles aktiv. Ich würde eigentlich nur... Hier fällt gerade was ein. Die Teleportationstränke. Schlecht. Mega schlecht. Wo sind die denn? Hm. Ah ne, wir haben noch welche. Ich habe gerade Panik bekommen, weil wir die nicht... Weil ich die nicht gesehen habe. Okay. Ne, alles gut. Wir nehmen kurz die Potions, die etwas länger gehen. Und nehmen wir das Küche. Und den letzten nimmt es dir ja schon. Hier unser Body setze ich mal nochmal, weil der dies vorhin noch mit Zeit. Und dann würde ich sagen, kommt der gleich im Nix. Max? So, das habe ich nur gemacht, damit mein Hund nicht mehr rumschnarchen muss. Hast du es bei uns jetzt mal? Oh, er ist da, er ist da, er ist da. Habe ich die Tränke? Ja, habe ich genommen. Ich war mir gerade kurz unsicher. Er gönnt uns Damage, er gönnt uns Damage. Das war aber fein. Ja, das war ein bisschen unnötiger Damage. Das war ein noch unnötigerer Damage. Wo ist die Doktorin? Ich konnte sie gerade nicht erkennen. Oh ne, der Laserstrahl, den kann ich sogar ausweichen. Ich konnte sogar allem ausweichen gerade. Nice. Okay, funktioniert. Wenn wir Sternenwut natürlich jetzt direkt bekommen würden nach dem Try. Also in sich ist es egal, was wir bekommen. Außer Sternenwut. Das ist das einziges, was ich wirklich möchte. Ich hätte aber auch nichts gegen, wenn wir die Schusswaffe nochmal bekommen, die ich gerade habe, in Besser. Aber sonst gibt es wirklich nichts. Also ich wäre schon traurig, wenn ich dann also nicht Sternenwut noch bekomme. Oh, sieh doch tot. Ich seh die nicht. Bin ich blind geworden oder so? So, komm. Jetzt haben wir, ich war der Strang, er dachte. Ich lege uns mit dran. Die müssen wir nicht so oft hin und her wie. By the way, wir haben noch nie probiert, glaube ich, gegen Moonloot mit unserer Tarnung da, damit wir mehr Schaden machen, zu kämpfen. Das Problem bei dem ist, ich kann mich da wenig bewegen. Die fühlt sich gerne mal, vielleicht irgendwann mal ausprobieren. Vielleicht machen wir das. Ach komm, Benni schon wieder zu low bin. Ich esse, come on, das kann doch nicht sein. Also Moonloot wird uns nicht ausgehen. Also im schlimmsten Fall in unserer Leben halt wie immer. Oder die Doktorin baut Mist. Was mittlerweile ja ziemlich schwer für die ist, Mist zu bauen eigentlich. Ja, kein Trank trinken, auf easy. Ich kann auch mehrmals, ich trinke übrigens mehrmals Trank gerade, weil wir haben so viele. Und Doktorin, Thema Geld und TP-Tränke ist, komm, wir kommen nicht. Okay. 491 Leben an uns da gehangen. Das war schon viel. Wir waren da schon kurz Low-Fan, da denke ich mal. Zumindest glaube ich nicht, dass wir uns sonst so viel leben haben können. Und er ist tot. Wir haben ihn, wir haben ihn. Da wird uns ein Support geproppen, wie immer kennt ihr. Oh mein Gott, wir haben den Ausdauertrank gar nicht genommen. Gut, das heißt immerhin, dass wir ihn auch ohne machen könnten. Also Super-Hill-Trank. Und wir haben es bekommen. Sternzong, tödlich. Das ist das Schwert. Kurz demonstriert für euch. Die Steps könnt ihr unten hier sehen, es hat sogar ziemlich gute Effekte bekommen. Also Sternwut, ein sehr geiles Schwert an sich. Macht weniger Schaden deutlich, als das Miau mehr, aber es kann halt von oben schießen. Sternzong, tödlich. Wir haben unsere Waffe, die wir wollten verkaufen, den Rest und sind durch. Wir müssen nie wieder Moonlight machen. Wir haben übrigens auch zwei Platin, fast drei Platin bekommen. Ich glaube, wir haben das meiste bekommen, fast schon, was man bekommen kann. 72 Gold, 6 Gold, 12 Gold und 12 Gold 65. Gut, das war alles. Wir können auch unsere Flügel wieder benutzen, ohne das dauernd eintauschen zu müssen. Ähm, wir gehen noch back. Die Ärzte habe ich jetzt übrigens behalten. Und ja, wir müssen unser Checkpoint nicht mehr bei der Kontakteurin haben. Nach einer langen Zeit. Oh mein Gott, bin ich erleichtert. Wo sind denn Tränke? Da würde ich da den Ausdauertrank reinlegen. Weil den brauchen wir nicht. Also nicht mehr, aber vielleicht irgendwann. Und meine Flaschen lege ich da auch rein. Und TP-Tränke können auch rein. Wir müssen keinen Boss mehr machen, richtig, außer Planterra. Sternwut haben wir. Wir können zu den Waffen gehen und schwerfen. So, jetzt sind wir durch damit. Dann würde ich sagen... Ähm... Genau, ich würde sagen, wir holen dann uns das nächste Sperr noch an. Oder machen wir schon, fang schon mal an. Indem wir Planterra versuchen. Würde ich sagen. Ich würde sagen, wir geben Planterra einen Try. Und... Ich würde sagen, wir gehen. Aber warte, warte, warte. Dafür bevor. Wir haben ja genug Luminid-Baren. Ich würde sagen, wir craften uns diese Luminid-Schüsse. Die sind, glaube ich, am besten gegen Planterra. Für die, die sich fragen, warum ich es vorher nicht gemacht habe. Ja, das Problem an den Luminid-Schüssen war immer... Die gehen halt nicht Zielsuche, ne, logischerweise. Aber die machen super viel Schaden. Oh, Lul. Okay, ich brauche nicht so viel Waren, wie ich dachte. Und wahrscheinlich werde ich das auch als nächsten Schuss benutzen, immer. Weil das easy to craften ist. Wir haben ein Massen davon gerade. Und ja, Luminid-Schuss sieht übrigens so aus. Und machen 29 Damage und die machen 13. Also es ist eine deutlichere, höhere Schaden. Ich würde sagen, wir gehen rüber zur Planterra. Ich hoffe mal, wir brauchen keine speziellen Buffs oder so für die. Ähm, wenn nicht, nutzen wir noch die, wo wir haben, für die haben wir jetzt zwei Minuten. Mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall durch die Richtung Planterra. Also Dschungel. Und Trine. Äh, haben wir so einen Drain natürlich. Hier oben war eine, nach meinem Wissen, vor kurzem. Und ja, von dem ist mir ganz normal, wie gerade von dem Moonload den Beutel öffnen und den Schwerthoffen mitbekommen. Und ja, abgebaut. Von wo kommt die denn? Von links. Wir probieren hier unser Glück. Ich habe sie anvisiert schon mal. Ich bin übrigens im Langsam-Modus gegangen. Ja. Ja, wir flexen hier weg. Oh, die Mobi machen mir viel Damage. Ich meine, die macht guten Schaden auch. Ey, die macht sogar sehr guten. Ich muss sagen, die macht super guten. Aber wir haben es gerade so noch bekommen. No, nicht bekommen leider. Ähm, wir haben aber die Axt bekommen. Äh, das ist so eine, äh, taglich gleich. Wir haben Hygien-Maßstab bekommen. Das ist so ein Tiki. Der macht auch, der könnte unser Typ sein, der uns hilft. Aber wir haben den Dragon, das ist ja der Beste. Also für mich der Beste. Auch den Venus-Magnesum als Waffe bekommen. Ja, ganz okay. Und es ist eine Axt, ähm, diese Gitarre, die ihr seht. Die kann eigentlich Musik machen. Ähm, ich nehme mal an, ich mach kurz für euch die Einstellung höher. Von Sound, aber nur deswegen. Oh Gott, ich höre schon dieses abgecrackte, ne? Aber nur für euch kurz. Hier. Jo, es geht ja nicht mal. Okay, es geht nicht. Ich, bevor ich noch mehr Müll mache, weg damit. Ähm, eigentlich müsste sie so Gitarren-Sound machen. Ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat. Ist auch egal. So, und dann haben wir den Tempelschlüssel nochmal bekommen. Der hat aber gar keinen Sinn für uns. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir weiter. Nach Plan Terra. Willen, wir können auch ein paar Mal machen. Und, mal gucken. Wenn wir die Waffe natürlich noch bekommen, haben wir schon zwei abgehackten in einer Folge. Das kriegen wir dann schneller durch, als wir denken können. Ich muss aber Plan Terra erstmal nochmal finden zu machen, weil ich hab ja eigentlich sehr oft gesehen, wenn Grün angefangen, ne? Eigentlich ist schon. Ich weiß nur nicht genau wo. Oh, ihr könnt auf den Mac mal schauen. Ich finde keinen. Ah doch, da. Oder? Ne, ist ein Topf. Bin ich blöd oder so? Ich hab die doch mehrmals gesehen. Ich gehe ganz normal mal durch. Ich müsste die ja finden. Nehme ich mal an. Im Übrigen ist nicht mal 100 Nominidenschuss verbraucht. Also von daher, das reicht. Ja? Ich find's geil. Ich bin doof. Da ist eine. Die machen wir. Komm mal kaputt. Ich werde übrigens die Kette eintauschen. Die Kette kommt von der Seite drauf. Wir machen einen guten Damage wieder. Ja, ich hab übrigens die Halskette lieber genommen und die Flügel. Weil ich nicht weiß, ob die Flügel mir wirklich so viel mehr bringen. Die ist tot. Und ihr Haufen Beutel bekommen. Setzling. Und das ist die Waffe, die wir wollten. Ey, wir sind ja ziemlich gut im Lauf. Dann sind wir durch. Alter, wir sind sowieso viel eben verloren. Egal. Dann würde ich sagen, schauen wir mal nach, ob wir noch überhaupt irgendeinen Boss oder sowas machen müssen. Speziellis. Herstellen mit dem Setzling. Semif. Nee, also direkten Boss müssen wir nicht machen. Wir besitzen Terraklinge. Nyaumea. Sternenzorn. Zuflussschwenken müssen wir holen. Genauso wie des Reitersmann Klinge. Setzlinge besitzen wir. Sternwut auch. Bienenzüchter auch. Verzaubertes Schwert nicht. Und Kupferschwert nicht. Also uns fehlt verzaubertes Schwert noch. Des Reitersmanns Klinge. Und Zuflugungsschwert. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich, suche ich ein Sieg draus, einfach wo ich das verzauberte Schwert finde. Weil das wäre unnötig, das Dreiharrer zu suchen sonst. Ich kann euch schnell erklären. Man findet das zufällig in den Höhlen. Oder ich glaube, man kann es nur in Höhlen finden. Ist so ein Schwert, was im Boden gerammt ist. Und das kann man dann abbauen. Und dann kriegt man das halt. Werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ja, was soll ich sagen. Ist halt mega wack zum Farben so. Wir haben ja schon eine andere Map wegen den Weltinteresser benutzt. Aber gut. Das werden wir in der nächsten Folge holen. Und vermutlich auch des Reitersmanns Klinge. Zumindest probiere ich das. Deswegen werden wir in der nächsten Folge auch das erste Mal den Kürbis-Mod machen. Und wenn es um das Zuführungsschwenken geht, dann müssen wir Glück haben, dass die Ufos kommen. Das kann ich nicht einstellen. Aber wenn diese Folge soweit kommt, dann würde ich einfach mehrere Stunden mit einer Wasserkerze irgendwo stehen im Wasser-Ozean. Ich glaube, da geht es am wahrscheinlichsten. Und wenn es für euch soweit ist, dann einfach euch holen. Ansonsten nehme ich mal an, haben wir alles positiv gemacht. Ich verkaufe den Rest noch, den wir nicht brauchen. Also ich lege erstmal den Schwerer weg, dass ihr da eine Ahnung habt, welche wir gerade haben. Also das Siedler kann auch rein. Das gehört offiziell zu unseren Waffen. Jaumehr behalte ich mir eventuell, damit ich ein Schwerer dabei. Ich würde dann noch bei Schusswaffen noch diese eigentliche ablegen. Die Magnum. Bei Magiewaffen würde ich auch den einen Typ mir reinlegen. Und bei Werkzeug halt noch die Axt, ne. Also die Axt-Dings, ne. Tempelschlüsselbehalte ich mal. Hat aber auch einen Grund eigentlich. Aber ist, glaube ich, nehme ich mal an nichts wert. Verkaufensmäßig. An den Jail, komm weg. Und den Rest, den verkaufen wir. Und dann legen wir unsere fast 5 Platin. Wahrscheinlich 5 Platin, wenn wir das verkaufen, weg. Ja. 5 Platin haben wir dabei. Und ja. Dann, ganz im Ernst, so. Diese Dings-Tränke hier, die großen, sind eigentlich voll nutzlos. Aber gut. Ich werde auch kurz dieses Fragment noch mit euch weglegen, weil die brauche ich ja auch nicht mehr. Solange er die angewohnt hat, gab die mitzunehmen und die dann nicht mehr brauchen. Naja, die lege ich einfach mal zur Seelen. Auch wenn es keine Seelen sind. Ich weiß. Sie kommen mir aber so vor wie Seelen und blinken und sind so wie Seelen und verhalten sich wie Seelen. Ja, ich weiß, es sind nur Frequente. Aber ich finde, sie sehen aus wie Seelen. Deswegen lasse ich sie hier. Und ich mache jetzt auch keine extra Truhe dafür. So. Das Geld legen wir noch weg. Oder wir nehmen kurz alles raus. Gucken wir unsere wunderbaren, fast 7, nee, sogar fast 28 Platten in der Truhe liegen. So. Ansonsten. War das für die Folge? Ich weiß immer noch nicht, wie die Porta gegangen funktioniert. Ich nehme immer noch Hilfe an. Keine Ahnung. Nee. Aber gut. Von mir sonst hoffe ich, dass die Folge 3 gefallen hat. Wir haben unser Ziel 1 geschafft. Und sind nah dran. Oder ist es nah dran? Kurz. Maximal 3 Folgen brauchen wir. Nehme ich an für Ziel 3. Äh, für Ziel 2 meine ich. Und Ziel 3 geht dann in 1. Spätestens 2 Folgen. Und dann war es das mit dem Projekt. Da habe ich meine 3 Ziele geschaffen. Alle Bosse. Und für euch hoffe ich, dass die Folge 3 aber gefallen hat, dass wir unser Ziel 1 geschafft haben. Und schon 2 Schwerteile weiter sammeln können. Und wir sehen uns im nächsten 3er Video nehme ich an. Ihr könnt daumen hoch, da geben wir von der 3er. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verflassen. Von was auch immer. Checkt mein Clash-Rodal Video aus. Wenn ihr interessiert dran seid, habe ich eine kleine Challenge auch draus gemacht. Und in der Videobeschreibung finde ich meinen TikTok. Bis zum nächsten Mal und ciao. Leute.